Hallo YouTube, ich wollte euch heute zeigen, wie ihr eine Klingel in Minecraft bauen könnt. Das ist recht einfach. Ihr baut jetzt erstmal hier am Eingang eine Pressure-Plate, also eine Pressplatte, die ausgelöst wird dadurch, dass sie drauf tretet. So, dann geht ihr hier runter, grabt euch unter die Pressure-Plate, legt euch da Redstone drunter, sodass es ausgelöst werden kann. Grabt es dann irgendwo hin, wo ihr halt wollt. Weiß jetzt nicht, was ihr so wollt. Und um dann Ton zu erzeugen, müsst ihr hier einen Dirtblock machen und darauf einen Notepad. Das Redstone muss auf diesen Notepad zeigen, sonst geht es nicht. Aber jetzt kann ich euch mal zeigen, bei mir geht das jetzt. So. Jetzt mal. Ihr hört ja, es geht. Könnt ihr jetzt auch noch zum Beispiel hier eine Tür reinbauen, wenn es irgendwie cooler ist. Das hört ihr dann aber nicht mehr so. Dieses Dung hört ihr nicht mehr. Falls ihr irgendwie einen anderen Ton haben wollt, ihr könnt das einstellen. Gibt halt verschiedene und die funktionieren dann auch alle. Wenn ihr statt Dirtblock einen anderen darunter setzt, zum Beispiel jetzt das Cobblestone, hört sich das halt auch ganz anders an. Finde ich jetzt nicht ganz so schön. Naja, ich behalte jetzt lieber Dirt. Aktiviert. Tja, ich bin nicht mehr so schön. Tja, es geht. Tja, es geht. Tja, es geht.